Und zwar, hier seht ihr haufenweise Erde in irgendwelchen Bottichen. Hier hinten ist jetzt auch noch ein bisschen was drin, das möchte ich auch mal rausnehmen. Ich glaube hier nämlich, hier war noch, nee da ist nichts unter. So, jetzt können wir nämlich erstmal Saat, die wir haben, reinsortieren hier. Das hat jetzt hier noch nichts gebracht, aber wenn wir jetzt sagen, plant seeds, hat er jetzt hier irgendwo schon was gepflanzt. Jetzt ist nur die Frage, wo und was. Ah, hier hinten, da hat er jetzt schon drei Sachen gepflanzt, die wir aufgesammelt haben. Weil jede Pflanze, die man irgendwie hat, kann man hier dann anpflanzen und ja, das ist dann auch recht schick. Hier hinten, aktivieren, machen wir jetzt mal zu hier und dann machen wir mal das Licht hier an in der Küche. Hier haben wir eine Coca-Cola-Maschine, einen Fridge haben wir hier. Hier oben sind dann zum Beispiel nachher Getränke. Ich glaube, das hier ist hier auch noch Food Storage, genau, das war die Geschichte. Hier unten haben wir dann auch noch Soft Food, Stock Food, Beverages, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das übersetzt heißt. Aber das muss irgendwie sowas wie Fast Food heißen oder sowas in der Art. Hier oben hat er uns jetzt schon mal Getränke hingestellt, die wir dann später auch noch haben werden. So, kommen wir, aktivieren Light Switch, machen wir hier mal an. Und den machen wir auch an. Hier haben wir so eine kleine, nette Badewanne hier, wo das Wasser quasi aus unserem Goldfischtank reinkommt. Machen wir jetzt mal wieder aus. So, und dann kommen wir hier hinten zu den Companion Quarters. Die bringen uns momentan noch nichts. Man hat nachher mehrere Begleiterkammern haben, von denen man immer so einen mithaben kann. Und, ja, die leben dann quasi hier hinten. So, jetzt habe ich ja irgendwann mal von der Waffenkammer gefaselt, die hier sein soll. Und die ist nämlich hinter dieser Geheimtür. So, machen wir die auf. Hier unten kommen wir nämlich jetzt zum interessanten Teil. Hier haben wir erstmal den Display Room. Also, das ist quasi unsere Trophäenkammer. Hier können wir zum Beispiel, äh, diesen Viechern können wir irgendwas anziehen hier an lustiger Sachen, die wir so gefunden haben. Äh, so, ähm, hier können wir Sachen ausstellen, irgendwelche wilden Sachen. Hier können wir denen auch Waffen in die Hand drücken. Das kennen wir ja alle schon von Fallout, von dem Hideout, den ich da hatte. Systems Room. Kommen wir dazu. Die Armory spare ich mir ganz zum Schluss auf. So, hier hinten haben wir nämlich den Reaktor. Der ist, nein, der ist nicht hier. Verdammt, wo war jetzt der Reaktor? Das ist, äh, Teleportation Control Panel, genau. Dann haben wir hier unten nämlich eine, eine Virtual Reality Kammer haben wir hier unten, wo wir dann auch quasi, ja, ähm, XP farmen könnten, wenn wir dann wollten. Hier hinten ist der Reaktor, den gucken wir uns auch noch schnell an. Dafür muss man nämlich immer haufenweise Energiezellen haben, die dann hier irgendwo reingeschmissen werden und die er dann da reinbringt. Das möchte ich aber alles weglassen, weil diese Energiezellen zu sammeln ist immer so eine Sache für sich. Hier werden wir noch genug an Munition brauchen. Hier unten ist jetzt diese VR-Kammer, die kennt man vielleicht auch schon aus, ähm, ja, aus Fallout 3. Hier ist der VSCSS Simulation Suite, die muss man anziehen dafür. Hier kommt dann der ganze Kram rein, die man sonst immer so dabei hat, damit man da quasi nur mit diesem Suit reingeht. So, und jetzt kommen wir zu dem Hauptteil, weswegen ich dieses gute Stück eigentlich haben wollte. Das ist nämlich die Armory. Sieht zugegebenermaßen noch nicht nach allzu viel aus. Aber hier hinten, oh schade, das Ding war jetzt schon offen. Naja, egal. Hier hinten hatte es nämlich einen, und hier vorne hat es nämlich auch, hier kann man es mal einmal zumachen. Normalerweise sollte das nämlich so aussehen, dass man hier gar nichts hat. Ist so ein bisschen doof, oder? Und dann kann man hier nämlich diese Geheimtür aufmachen. Und hier hinten sind dann nämlich unsere Waffen. So, hier sind die Energiewaffen zum Beispiel, die Laserpistole, die wir gefunden haben. Heavy Weapons. Das ist die Flammenpatrone-Waffe. Heavy Weapons haben wir noch mehr. Rifles, Automatik-Rifles und so weiter. Pistols haben wir hier zum Beispiel. Shutguns kommen hier ran. Da haben wir auch schon ein paar gefunden. Melee-Weapons haben wir auch noch ein paar. Zum Beispiel den Baseballschläger und das andere Dings hier. Hier haben wir noch das Nudelholz und den anderen Gedöns hier. Hier würde er quasi, können wir sagen, alle Waffen, die wir haben, soll er automatisch einsortieren. Hier würden zum Beispiel Mod-Kits reinkommen und hier kommen Sachen rein, die aus irgendwelchen anderen Mods sind, mit denen er nichts anfangen kann. Hier haben wir zum Beispiel, huch, Sekunde. Crafting Supplies können wir hier einsortieren. Hier sind also alle möglichen Krams drin, mit denen wir dann Sachen bauen können. Wenn wir hier drauf drücken, Ammo-Kram, mit denen wir dann quasi Ammo bauen können. Lead haben wir nichts drin, Primer haben wir keins, Power-Cases haben wir ein paar, nämlich das sind die Hülsen. Primer, das sind Zündplättchen, Powder, Powder ist klar, das ist das Sprengpulver, was man dann da benutzen kann. Lead ist Blei und Scrap-Metall ist eben Altmetall. Hier haben wir den Ammo-Sorter. Da können wir unsere gesamte, ja, unsere gesamte Klamotage können wir da einsortieren. Kennt man ja auch schon aus Fallout 3 die Geschichte. Das hier ist unser Munitionseinsorter. Sort in the Containers, Stock Shelves. Jetzt müsste hier eigentlich irgendwas auftauchen. Wahrscheinlich eher nicht, weil... Ich glaube, wir hatten nämlich alles oben reingekippt, oder? Ja. Das heißt, wir gehen fix nach oben, holen den ganzen Kram, den wir da oben reingekippt haben. Und dann können wir das hier nach unten bringen. Und die ganze Munition, die wir dann quasi immer nicht brauchen. Open Container. Alles mitnehmen. Open Container, das nehmen wir auch alles mit. Alle nehmen. Weapons Locker, Armor Locker, da ist nichts drin gewesen. Das hier oben, das ist quasi nur so eine... Ja, da kann man so ein paar Sachen reinmachen, wenn man nicht weiß, dass man hier unten die große Storage-Staffel hat. Also die ganz große Geschichte. Und da schmeißen wir jetzt erstmal unsere Munition rein, die wir nicht brauchen, weil die nimmt ja jetzt auch nämlich Gewicht weg. Mit dem Modus, in dem wir spielen. Please wait. Please wait it immer noch. Munition stocked. So, jetzt müssen wir das hier wieder reinsortieren. Und Stocks-Shelves. So, hier hat er jetzt schon ein paar... Da ist er, Flammerbrennstoff zum Beispiel. Hier hat er die Minen gepackt. Dynamit haben wir schon ein bisschen was. Hier hat er zum Beispiel diese... Ja, die 5,65 Millimeter-Dinger hat er hier reingeschmissen. Hier haben wir die 308er-Rounds haben wir hier. Und jetzt würde ich sagen, rüsten wir uns aus unserer Waffenkammer erstmal mit einer schicken Ammo aus. Äh, mit einer schicken... Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit Medium. Da haben wir nichts drin. Dann nehmen wir Light Armor. Jetzt können wir uns nämlich aussuchen, was wir da nehmen wollen. Ich würde sagen, wir nehmen hier wieder die... Was nehmen wir denn? Lederrüstung nehmen wir mal mit. Und die nehmen wir auch mit. Kommen wir raus, verlassen. Ziehen wir die mal an. Die gute hier. Und reparieren die dann auch gleich. Mit jener hier. Und jetzt suchen wir uns eine schicke Waffe aus. Ich würde sagen, irgendwas mit 5,65 Millimeter Schussmunition. Add Remove. Jetzt können wir sagen... Was brauchen wir denn hier? Magnum Revolver, 357er. Dann nehmen wir keine Pistole mit. Dann nehmen wir lieber eine Rifle mit. Add Remove Weapons. Wir nehmen das Dienstgewehr mit. Das gefiel mir nämlich recht gut. Das verschwindet da oben jetzt wieder. Und dann können wir sagen... 5,65 Millimeter Munition. Die haben wir jetzt hier. Und dann nehmen wir die einfach mit. So, dann haben wir die jetzt hier nämlich drinne. Und hier drüben ist nämlich die andere Munition von der 5,65. Die nehmen wir dann auch mit. Wenn wir jetzt noch andere Munitionen bräuchten, könnten wir jetzt einfach hier zugreifen, was wir gerade einsortiert haben. Alles schick. Gut, machen wir die Geheimtür erstmal wieder zu. Momentan haben wir da nicht mehr zu tun. Und jetzt würde ich sagen, rüsten wir uns mit dem Dienstgewehr aus. Jetzt sind wir wieder schön. Haben wir kein Gewicht mehr dabei. Ist doch einfach herrlich. Munition. Überschuss Munition nehmen wir mit. 196 Schuss haben wir extra. 20 Schuss haben wir so dabei. Ich würde sagen, der Underground Hideout wird unser neues Zuhause. Das Ding ist einfach herrlich. Man kann später auch noch andere Gebäude haben. Die finde ich aber bei weitem nicht so praktisch wie dieser schicke Underground Hideout. Ist doch einfach herrlich, das Teil, oder? Ah, hier ist übrigens auch, äh, ne? Scheißhaus gibt es übrigens auch, wollte ich nur nochmal so sagen. So. Ja, ist doch schick. Hier, die Dinger kann man übrigens auch auf und zu fahren, wie man gerade lustig ist. Genau wie diese hier. Die kann man auch auf und zu fahren. Und jetzt wächst hier fröhlich unser Kram irgendwann. Und irgendwann werden wir das hier auch alles bepflanzt haben, schätze ich mal. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch ein bisschen Wasser mit. Und, äh, dann können wir eigentlich Chemistry, ein neues Gemisch erstellen. Äh, chemische Verbindung, ein Tag. Okay. Achso, hier können wir, das kann ich auch nochmal zeigen. Sort rein und dann stocken. Also, einsortieren tut das hier und wenn man sagt Stock, dann packt das hier rein. Hier haben wir jetzt schon gesehen. Hier sind jetzt einige Sachen drinne und die kann man sich dann rausnehmen, was man gerade so braucht. So, machen wir erstmal wieder zu. Ich möchte ein paar, ach, da sind Stealth Boys da noch drinne, zum Beispiel. Blutpakete haben wir hier drinne, die sind aber auch gerade Wurst. Machen wir erstmal wieder zu. Hier hinten ist Medics drinne, zum Beispiel. Da. Hier haben wir Cat-Eye haben wir drinne, da können wir nachts im Dunkeln gut gucken. Hier könnten wir uns jetzt komplett mit feilen, äh, mit heilen lassen. Ja, und das ist unser neuer Underground-Hideout. Hier steht dann später auch noch ein Gehirnstück von uns. Und, äh, hier kommen noch zwei weitere Karten dran. Das ist aber eine Erweiterung. Zu der werden wir dann später auch noch kommen. So, und da ich Hunger habe, würde ich jetzt sagen, mache ich an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Ja, hallo, und da bin ich auch schon wieder. So, ich würde sagen, wir werden jetzt, äh, mal mit der Hauptquest weitermachen. Das war ja hier diese schöne Aufgabe, die uns gerade eingeblendet wurde. Hier, diese nämlich über Nipton nach Novak reisen, sich in Novak nach den Eingreifern umhören. Das werden wir jetzt mal weitermachen. Und zwar ist Novak, ist nämlich auf der Weltkarte zu finden, äh, hier unten, da ist Nipton. Und ich glaube, hier hinten war, da ist Novak. Und wir müssen erstmal wieder nach Prim. Gut, wir müssen da natürlich erstmal auch wieder raus. Wir haben genug Munition dabei, hoffe ich. Wir haben auch nicht allzu viel geladen. Jawohl. Lederrüstung, Waffen, Dienstgewehr haben wir dabei. Aufbereitetes Wasser haben wir ein bisschen dabei. Und wie geht's uns sonst so? Durst hält sich in Grenzen, Hunger hält sich in Grenzen, Müdigkeit auch. Sehr schön. Ja, das war leider ein kleiner Grafikfehler. Beziehungsweise kein Grafikfehler, sondern ein kleiner Fehler, diesen Mod. Wenn man nämlich zu schnell versucht, durch diese Tür durchzugehen, dann öffnet sie sich einfach nochmal. Gut, da kann ich aber mit leben. Das ist der einzige Fehler, den ich da jetzt so gefunden habe. Dass das Aquarium nicht mehr aufging letztes Mal, was ich da in meinem anderen Spielstand hatte, das denke ich mal, da war ich einfach zu blöd, das wiederzufinden. So, und jetzt müssten wir erstmal wieder nach Prim. Canyon Wrag, da würde ich ganz gerne auch nochmal nachgucken. Feinde in der Nähe? Wie, was, wann, wo? Und ich mach warum. Ach, stimmt. Hö, Langhörner. Das sind keine wirklichen Feinde, die sind einfach nur vorhanden. Äh, so, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die loswerden. Das sind ein paar mehr. Die Sonne ist leider auch feindlich gesonnen, das ist ein bisschen superoptimal in der Hinsicht. Hier ist auch noch was. Was für ein Kugelkaktus, sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal von hier, jetzt könnten wir jetzt wahrscheinlich weiter, das schätze ich. Prim. Und ich würde sagen, das Canyon Wrag, das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an, wenn wir schon mal da sind. So, Prim. Prim. Haben wir Prim? Ich hoffe, es geht gleich weiter. Alle Waffen haben zwei Anforderungen, Stärke und Fertigkeitslevel. Wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen, ist die Waffe weniger präzise. Den Rest habe ich gerade nicht mehr gelesen. Die Intelligenz bestimmt, wie effektiv Sie Ihre Fertigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Reparieren und Medizin einsetzen können. Das heißt, intelligent sein ist immer wieder gut. Da ist doch einer. Ach, das ist hier, äh, L. Dingenskirchen hier. Ist er das? Wer ist das? Der Beauty Volltrottel, äh, Vollpfosten. Das ist ja sehr schön, dich jetzt hier zu sehen. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal hier auf das Canyon Wrag, verschieben wir mal unseren, äh, Punkt, wo wir gerne hin möchten. Und jetzt begeben wir uns wieder hier schön raus. Und jetzt beten wir uns wieder hier. Vielen Dank.